Die Sendung wurde live untertitelt. Hier kommt Themistocles. Und da ist die Bote. Verdammt! Foxydas, warum geben wir all diese Schätze ab? Wir könnten uns auf Lesbos zur Ruhe setzen mit so viel Gold. Was sagst du, Wüstenratte? Wenn diese Truhe nicht bei Pompeius ankommt, dann noch nicht dieses Schiff. Wir werden auch durch den Hades krauchen, um sie abzuliefern. Also gut. An die Arbeit, ihr faulen Hunde. Da maßt es, mein treuer Schildträger. Los, fang an! Man bezahlte uns, um Pompeius zu bestechen, eine Königin zu retten und ein Königreich zu gewinnen. Das übliche Tageswert für uns Söldner, he? An die Ruder! Fahre an! Normale Fahrt! Schneller! Langsam jetzt! Und tiefen voraus! Ich bin nicht blind. Ich sehe die Scheren. Deine dritte Reise! Und du bellst Befehle wie ein Seebär. Ich liebe es, wie sich die Spucke in deinem Bart verfängt, Foxy, das. Lass mich nicht über Borg gehen. Das ist kein Tod für einen Helden, wie mich. Ein wahrer Held kann schwimmen und sich retten. Ich sehe sie. Ohne Grund lasse ich mich nicht durchspeigert sorgen. Jetzt versuchst du nur, mich zu beeindrucken. Segler am Horizont! Da! Das sind keine römischen Farben! Wo hat uns das Weibstück rein manövriert? Ptolemäus Schiffe. Zweifellos entsandt vom Orden der Ältesten. Was haben sie mit Pompeius zu schaffen? Seine Armeen sichern den Thron für Kleopatra. Und die wollen die Allianz verhindern, bevor es soweit ist. Wir müssen uns sputen. Poseidons Pisse! Es liegt zu viel Rauch in der Luft. Die See wird kochen beim Vulkan. Halten wir Abstand, wenn wir nicht verbrennen wollen. Ist das Methana? Sie ist seit Jahrhunderten nicht ausgebrochen. Ich werde mich nicht überraschen, wenn sie... Haltet euch bereit! Zeigen wir ihnen, dass sie dem falschen Pharao folgen! Erhöhnt das Tempo! Wir werden... An Feuer regen! Schilde bereit halten! Im Rüst losbleiben! Wir werden angegriffen! Mehr Geschwindigkeit! Schneller! Mehr Tempo! Schneller! Rudert schneller! Feuer! Fahrt an! Normale Fahrt! Leichte Schlagzeit! Mehr Tempo! Wir werden angegriffen! Erhöhnt die Schlagzahl! Wir werden angegriffen! Wir werden angegriffen! Schneller! Schneller! Mehr Tempo! Schneller! Erhöhnt das Tempo! Schlag! Wir werden angegriffen! Schneller! Wir haben... Mehr Geschwindigkeit! Ruder schneller! Mehr Tempo! Wir haben diese Malachia. Die hielt auf die Hedflossen. Die sind voller Öl. Die brennen wie Kamil. Ha! Das war der letzte von ihnen. Und keine Spur von deinem treulosen Römer. Hüte deine Zunge, Kapitän. Wir brauchen ihn als Verbündeten und nicht als Feind. Wir sind nicht so weit gesegelt, um ihn jetzt wüst zu beleidigen. Ich bin Wild Bin. Ich werde mich auch nicht für einen Herrscher ändern. Aus demselben Grund habe ich auch meine Frau und Kinder verlassen. Niemand bei Verstand akzeptiert mich. Ich akzeptiere dich. Wir akzeptieren dich. Oh, oh, oh! Diese 100 Seeleute sind genug Akzeptanz für mich. Es ist schwer, denen Lebewohl zu sagen, die uns nicht akzeptieren. Aber es ist der einzige Weg. Wirklich? Pompejus wird am verabredeten Ort sein, vor Terras Küste. Fahr weiter. Mehr Geschwindigkeit! Achtung! Da, ich sehe ihn. Pompejus im Norden. Keine Heile! Da könnten Patrouillen warten. Willst du einem Kampf aus dem Weg gehen? Bei Hades Scheiße weib sicher nicht. Aber ich sterbe nicht gern zum Schutz eines Römers. Schon gar nicht für einen, der sich Schutz leisten kann. Weißt du, du solltest eher auf seiner Triere segeln. Da passte gut rein. Wir wollen Pompejus nicht beschützt. Feuerbomben bereit! Gebt den Befehl, wenn wir nah genug sind! Mehr Tempo! Mehr Tempo! Schneller! Schneller! Wir werden sie! Wir werden angegriffen! Das hat uns voll geklappt! Erhöht das Tempo! Ja! Nicht gut! Mehr Tempo! Mehr Tempo! Mehr Tempo! Erhöht die Schlagzahl! Erhöht das Tempo! Ruder schneller! Mehr Geschwindigkeit! Schneller! Wir werden angegriffen! Feuer! Schneller! Wir werden angegriffen! Auf geht's! Das ist der Rhythmus! Sie stehen unter schwerem Beschuss! Sie müssen was tun! Zeigt es diesen Pestbeulen! Wir vernichten sie oder ziehen sie mit in die Tiefe! Wir werden angegriffen! Achtung! Schneller! Einer ist noch übrig! Das war gute Arbeit! In dir steckt noch mehr als eine Hofstamme! Hüte deine Zunge, alter Mann! Sonst zeige ich dir, was ich mit dem Schwert alles kann! Erhöht das Tempo! Schneller! Ruder schneller! Volle Fahrt! Sie gehen unter! So muss das sein! Ha ha ha! Gut gekämpft! Nun suchen wir diesen römischen Feldherrn! Ich hab noch keinen dieser Generäle persönlich getroffen! Keine Sorge, Arya! Ich benehme mich auf! Ich heine Sorge! Ich Untertitelung des ZDF, 2020